Der Lithium-Preis hat die letzten Monate ganz schön Federn gelassen. Die meisten Lithium-Aktien haben es ihm gleich getan und der Blick ins Depot verrät nur Ungutes. Ist jetzt also meine Spekulation nach hinten losgegangen? Wir erinnern uns, was war denn eigentlich die Investment-These? Die Elektroautos kegeln die Verbrennermotoren weg. Aber völlig egal, welcher der Hersteller am Ende hier die Nase vorne hat oder auch welcher Zulieferer für Batterien oder Elektronik, alle brauchen sie eines, Rohstoffe für den neuen Antriebsmodus. Im speziellen Nickel, Kobalt, Lithium, Manganese und Graphit, die sogenannten Battery Metals. Lithium selbst unterliegt hier sehr speziellen Marktdynamiken. Laut Prognosen soll nämlich zu wenig Lithium vorhanden sein, um die Nachfrage nach Elektroautos decken zu können. Lithium-Aktien könnten davon also profitieren. Was ist also aktuell los? Zeit, ein Update zu geben. Wie hat sich die Nachfrage entwickelt, wie das Angebot auf dem Markt und schlussendlich auch, was ist mit dem Preis los? Im letzten Update hatten wir grün, gelb, gelb. Wie es heute aussieht und welche Aktien ich aktuell auf dem Schirm habe, all das schauen wir uns heute an. Wir gehen rein. An dieser Stelle wie immer der Hinweis, alles hier ist keinerlei Anlageberatung und nur meine persönliche Recherchearbeit. Für diese könnt ihr mir jetzt gerne noch ein Abo dalassen und die Glocke anmachen, um benachrichtigt zu werden, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, lege ich euch ebenfalls ans Herz. Das Video hier ist ein Quartals-Update. Alle Infos hier sind lediglich die Entwicklungen der letzten drei Monate. Für mehr Infos zum Elektroauto-Boom, Lithium-Aktien, Batterietechnik und viel mehr gerne einfach mal auf meinem Kanal herumstöbern. Starten wir ins erste Kapitel. Wie hat sich die Nachfrage die letzten Monate entwickelt? Und was sagen die aktuellen Prognosen? Wenn wir von Nachfrage sprechen, interessiert uns primär drei verschiedene Themen. Erstens die Nachfrage nach den Elektroautos selbst. Zweitens etwas früher in der Wertschöpfungskette die Batteriefertiger. Und drittens externe Faktoren, die die Situation beeinflussen. Primär aus der Politik. Starten wir mit dem Endkonsumer-Bedarfssignal. Der Nachfrageentwicklung nach den Elektroautos. Wenn mehr Autos verkauft werden, werden mehr Batterien gebraucht, wird mehr Lithium gebraucht. Im August 2023 hatten wir im weltweiten Vergleich den drittstärksten Monat, den es jemals gegeben hat. Wohlgemerkt aktuell in einem eher schwierigen makroöponomischen Umfeld. Weiter runtergebrochen auf China, als einer der wichtigsten Absatzmärkte, der Anfang des Jahres noch einen Knick hatte, da es massive Rabatte auf Restbestände von Verbrennerautos gab, hat sich ebenfalls ordentlich erholt und hat ein neues Allzeit hoch erkannt. In der Europäischen Union sind im September die Verkäufe wieder deutlich angezogen, im Vergleich zum Vormonat. In China kommen wir bei den Neuverkäufen mittlerweile auf einen Anteil von 40% Elektro, in der EU auf 30% und in den USA nähern wir uns der 10%-Marke. Erste Prognosen gehen jetzt schon davon aus, dass wir 2030 knappe zwei Drittel nur noch elektrisch abnehmen werden. Dominiert werden die Verkäufe aktuell von zwei Firmen, Tesla und BYD, Build Your Dreams. Diese Firmen treiben und bestimmen den Markt. Eine gute Idee ist also zu sehen, wie es diesen beiden Firmen ergangen ist. Starten wir mit BYD. Schnurstracks von unten links nach oben rechts. Die Wachstumsraten sind hier schon wirklich extrem. Wir haben Year over Year die letzten Jahre fast immer eine Verdoppelung inne. Und auch bei Tesla, die im US-Counterpart, sieht es gut aus. Die letzten Zahlen waren dem Markt zwar nicht gut genug, weil die Profitabilität gelitten hat und der Umsatz aufgrund von Preissenkungen niedriger war als gedacht. Aber mir ist das ehrlich gesagt egal. Für mich als Lithium-Investor zählt nur, ob mehr Autos verkauft wurden, in denen auch mehr Lithium verbaut wurde. Und das ist im Trailing 12-Months-Zahlenwerk deutlich der Fall. Ebenfalls hat Musk im Zuge der letzten Quartalszahlen angekündigt, dass der Cybertruck ab November 2023 ausgeliefert werden soll. Nicht nur, dass bereits mehrere Millionen Stück vorbestellt worden sind, sondern das Drum verbraucht auch noch deutlich mehr Lithium als die kleineren PKWs und SUVs. Dreimal so viel zum Beispiel wie ein Model 3. Nochmal dicker wird dann irgendwann der Tesla Semi. Hier sind wir zwar noch nicht ganz so weit, aber einer der ersten Testkunden, PepsiCo, hat bisher begeistert und überzeugt gewirkt von der Leistung. Schauen wir uns nun ein paar Updates von den kleineren Playern an. Die Nio-Auslieferungen zum Beispiel gingen um 81% nach oben. Daimler erzielt einen neuen Elektroverkaufsrekord. Wachstum 66%. Weitere Ankündigungen von Daimler von neuen Modellen wie dem CLA-Reihenstromer. Ebenfalls angekündigt neue Modelle von den chinesischen OEMs wie Guangzhou Automobile, der in Thailand fertigen will. Lucid Motors expandiert und baut eine neue Produktionslinie in Saudi-Arabien. Toyota kündigt neue Modelle an, die über 500 Meilen versprechen. Mini investiert 600 Millionen in ein Reinelektrowerk in Großbritannien. Volvo kündigt an, dass das letzte Verbrennerauto in 2024 produziert werden soll. Lotus beginnt ab 2024 die Produktion vom EMEA, einem Sportwagen, der in 2,8 Sekunden von 0 auf 100 gehen soll. Volkswagen stellt neue Modelle vor und auch Concept Cars wie den IDX oder die Elektroversion vom beliebten Golf GTI. Renault gründet ein Joint Venture mit Volvo und CMA, um elektrische Lieferfahrzeuge auf den Markt zu bringen. Marktstart 2026 schon. BYD dringt in das Segment von High-End SUVs vor mit dem U8 Premium Edition. Dann eine weitere Firma, die deutlich durch die Presse ging. Der vietnamesische E-Autobauer Winfest feiert sein Börsendebut an der Nasdaq. Eine 200 Millionen Investition soll ab 2026 deutlich mehr Autos hoch rampen. Der indische Tata Motors bringt einen elektrischen Kleintruck auf den Markt. Stellantis kauft sich in einen China-Elektroplayer ein und baut sein Engagement dort weiter aus. Man kann also sagen, die Electronic Vehicle Adoption ist im vollen Gange. In den Emerging Markets soll das Ganze erst später losgehen, als in den entwickelten Ländern. Es könnte aber insgesamt deutlich schneller gehen. Einer der Gründe, der zum Beispiel immer genannt wird, ist, dass das Elektroautos günstiger sein müssen, damit es einem Verbrenner vorgezogen wird. Der Tipping Point ist hier je nach Zielmarkt bereits in den nächsten Jahren in Aussicht. Und zweitens muss die Entwicklung noch beschleunigt werden, auch von politischer Seite, um die aktuellen Klimaziele zu erreichen. Speziell im kommerziellen Industriebereich sind die schweren Laster und Fahrzeuge noch wenig elektrifiziert und könnten die Ziele außer Reichweite bringen. Laut Schätzungen geht aktuell der Bereich Roadtransport nicht schnell genug nach unten bei den Emissionen, um das CO2-neutrale Szenario bis 2050 zu erreichen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Forecasts wieder geupdatet werden müssen. Die letzten Jahre waren die Prognosen immer schon deutlich zu gering und der Elektroauto-Anteil war immer zu pessimistisch eingeschätzt worden. Besonders die Endkonsumenten sind mittlerweile extrem offen, was das Thema betrifft. In den USA denken mittlerweile über 50% nach, als nächstes Auto ein Electronic Vehicle zu kaufen. Aber nicht nur Endkonsumenten, Autobauer und Politik pushen das Thema. Auch die alteingesessenen Öl-Multis haben erkannt, dass kein Weg drum herum führt. Und investieren aggressiv. Shell hat vor kurzem erst eine weitere Mega-Ladesäule-Tankstelle in Betrieb genommen. Das Teil steht in China und kann parallel über 250 Fahrzeuge fast chargen. Zusammenfassend kann man also sagen, dass alle Zeichen darauf stehen, dass der Endkonsumentenbedarf nach Elektroautos weiterhin anwächst und potenziell sogar noch schneller als erwartet. Schauen wir uns nun einen weiteren Teil der Lieferkette an. Den Zellen und den Batteriefertigern. Was gab es hier die letzten zwei Monate für News? Neben LG Chemicals, die eine Lithium-Conversion-Plant in Marokko bauen wollen, legt nun auch Chinas Huayo dort los. Daimler hat eine neue Giga-Fabrik in den USA angekündigt. Stolze 2-3 Milliarden Dollar sollen investiert werden und Lithium-Iron-Phosphate-Batterien herstellen. Ein paar weitere News gab es auch wieder im Bereich Batterie-Innovation. Ich habe hier einen Screenshot aus einem Webinar mitgebracht, weil viele immer sagen, dass Lithium auch schnell aus den Batterien ausgefasst und ausdesignt werden kann, weil irgendwelche innovativen Konzepte ohne Lithium auskommen. Bis eine neue chemische Zusammensetzung marktreif ist, vergehen im Schnitt 20 Jahre. Und es ist aktuell eher so, dass die Neuentwicklungen weiterhin stark Lithium fokussieren. Die Solid-State-Batterie zum Beispiel nutzen sogar noch mehr Lithium als andere Typen. Samsung hat eine neue manganese-veredelte Batterie angekündigt, erneut vom Typen LFP, Lithium-Iron-Phosphate. Kettle, als einer der größten Batteriefertiger der Welt, hat eine neue Schnellade-Batterie angekündigt. Und auch hier handelt es sich wieder um eine LFP-Batterie. Die einzige wirklich negative Neuigkeit, die ich gefunden habe in Batteriefertigung, betrifft, dass Ford aktuell seine Fabrik in Michigan auf Hold gesetzt hat, da es einen Streit mit der Gewerkschaft gibt und dem Joint-Venture-Partner. Kommen wir zum dritten Teil. Wie wirkt sich die Politik auf die Bedarfsentwicklung aus? Was gab es hier die letzten Monate für Neuigkeiten? Schaut euch mal die folgende Karte an, mit Lithium-Projekten in Afrika und Südamerika, die von globaler Relevanz sind. Man betrachte jetzt die Farbe Rot in der Auflistung hier. Hier einmal für Afrika und hier nochmal für Südamerika. Die Farbe Rot stellt da Chinese Ownership. Denn seit 2018 hat China über 50% aller Lithium-Projekte aufgesaugt und dafür über 12 Milliarden Dollar hingeblättert. Und das Resultat davon? Völlig egal, an welcher Stelle wir in der Wertschöpfungskette hinschauen, neben dem Abbau, der Prozessierung oder auch der Batteriefertigung. China dominiert und hat einen extremen globalen weltweiten Einfluss aufgebaut. Die Welt ist einfach gesagt von China abhängig. Und das soll sich auch erstmal nicht ändern. Mit den aktuellen Pipelines hält China alleine knapp 90% der weltweiten Anodenproduktion in den Händen für die nächsten 15 Jahre. Was das bedeuten kann, zeigt die Mega-News vor einigen Tagen. Im Auto ist neben Lithium ja auch noch andere Mineralien verbaut. Mit dem größten Anteil sogar Grafit. Wer Grafit-Aktien hat, wird festgestellt haben, dass es hier auf einmal Kursgewinne von 25% bis knapp 80% an einem einzigen Tag auf den anderen gab. Was ist also passiert? Tja, die EU überlegt immer mal wieder, Sonderzölle und Extrasteuern für chinesische Importe aufzuerlegen. Und USA und Biden möchte seine Subventionen für Elektromobilitätskäufe nur auf Nicht-China-Autos beziehen. Von der Leyen findet es sogar eine Frechheit, dass chinesische E-Autos so günstig sind, weil China als Staat die Preise subventioniert und bezuschusst. Und demnach die westlichen OEMs Marktteile verlieren. Und was macht China? Die sagen einfach von heute auf morgen, danke fürs Mitspielen. Ab heute gibt es erstmal kein Grafit mehr für euch. Für eine Vielzahl an Grafit-Erzeugnissen braucht man in Zukunft ab dem 1. Dezember 2023 eine Genehmigung, wenn diese China verlassen müssen. Jetzt sieht jeder alt aus, der sich nicht frühzeitig um flexible Lieferketten gekümmert hat. Beim Lithium sieht es aktuell kaum anders aus. Kein Wunder also, dass panikmäßig wieder einmal ein sportliches 15,5 Milliarden Dollar Förderprogramm von der US-Regierung aufgebaut wurde, die Batteriefertigung in den USA auszubauen. Lithiumfirmen wie Alba Male erhalten teilweise Rekordsummen zugesteckt, um die Lithiumproduktion in den USA aufzubauen. Australien legt ebenfalls nochmal gute 1,3 Milliarden drauf, um heimische Projekte zu entwickeln. Als Fazit kann man also sagen, die Politik und das geopolitische Interesse an Lithium ist wirklich enorm. Kommen wir jetzt mal zum politischen Einfluss auf die Elektroautos selbst. Es ist kein Geheimnis, dass fast alle Länder der Welt den Verbrennermotor abgekündigt haben. Manche schneller und manche langsamer. Stockholm in Schweden prescht vor und geht mit einem Verbot ab 2025 bereits in den Start. Das ist in unter zwei Jahren. Zusammenfassend kann man also sagen, die Nachfrage läuft auf voller Front. Mehr Auslieferungen und Bestellungen und Neumodellankündigungen bei den OEMs. Neue Batteriefabriken und weiteres geopolitisches Investment und Vorgaben in Richtung Elektro. Und nicht vergessen, Lithium-Nachfrage kommt nicht nur von den Autos. Es gibt zahlreiche Firmen im Bereich E-Aviation, Drohnen, Schifffahrt und der Elefant im Raum Stromspeicherung für nachhaltig produzierte Energie. An dieser Stelle also Entwicklung grüner Daumen, würde ich sagen. Schauen wir uns nun die Kehrseite der Medaille an. Die Entwicklungen der letzten drei Monate auf der Angebotsseite im Lithium-Bereich. Ich habe es in Vergangenheit schon öfters gezeigt, aber hier nochmal als kleiner Reminder. Lithium kommt so oft auf der Welt vor, muss aber erstens ausreichend konzentriert und zweitens wirtschaftlich abbaubar sein. Und drittens, selbst wenn man etwas findet, dauert es nahezu 15 bis 20 Jahre, bis ein Projekt online kommt. Man muss sich nur mal die Statistiken der letzten zwei Jahre anschauen. Bekannte Projekte von Lithium-Marktführern wie Alchem, Albamale, Pilbara Minerals zum Beispiel. Im Schnitt sprechen wir hier von drei Jahren Verzögerung gegenüber dem eigentlich geplanten Zeitplan, der eh schon lange genug war. Die Kapitel im Bereich Angebotsentwicklung teilen wir nun in drei Teile auf. Erstens der Bereich Mergers and Acquisitions und Finanzierungen im Lithium-Ekosystem. Zweitens in positive Angebotsmeldungen und drittens negative Einflüsse darauf. Starten wir mit dem ersten Bereich. Man würde ja meinen, dass bei gesunkenem Hype und Interesse am Thema das Thema etwas abkühlt. Aber falsch gedacht. Bis 2030, um die Nachfrage zu decken, wird die Summe am benötigten Neuinvestment in die Branche auf über 100 Milliarden Dollar geschätzt. Und das alleine für den Bereich Lithium. Die anderen Rohstoffe wie Nickel, Kupfer oder Kobalt sind ebenso gefordert. Aber das Geld wird auch gerne investiert, weil diese neuen Industrien einen gewaltigen Einfluss von der Größe haben. In Australien zum Beispiel soll bereits in fünf Jahren der Wert an exportiertem Lithium den von Thermalkohle übersteigen. Was hier die letzten drei Monate im Bereich M&A und Investments wieder abgegangen ist, ist dem auch verständlich, aber dennoch wirklich extrem. In China zum Beispiel verauktioniert regelmäßig das Government Lithium-Abbaugebiete. Diese werden dann oft mit dem 1300-fachen Startgebot übertroffen und eingetütet. Der Autobauer Stellantis investiert schlappe 100 Millionen Dollar in ein Projekt in Kalifornien. Vor einiger Zeit hatte mal jemand gesagt, Carmakers need to become miners. Und genau das passiert jetzt aktuell. Vor 20 Jahren wäre es kaum vorstellbar gewesen, dass ein BMW in einen Ölförderer einsteigt. Stellantis investiert weitere 90 Millionen für gerade einmal 20% Anteil an einer Lithium-Minie in Argentinien. Das machen sie übrigens nicht, weil sie denken, dass die Aktien davon steigen und sie mit der Beteiligung Geld verdienen. Durch das Einkaufen sichert man sich oft Vorverkaufsrechte auf den Lithium-Output. Und dieser ist wie gesagt absolut wettbewerbstreibend. Es geht aber auch genau andersrum. So investiert der Lithium- und Lithium-Chemicals-Produzent Gangfang selbst in einen Autobauer. Smart nimmt über 300 Millionen neues Kapital auf. Einer der Hauptinvestoren, Tianqi Lithium, einer der Top 5 Lithium-Förderer der Welt. Ein weiterer Mega-Deal ist geplatzt, zeigt aber wie hungrig die Firmen aktuell sind. Alba Mahle wollte das Mega-Projekt von Liontown in Australien kaufen. Hat den Deal aber dann abgesagt, weil Liontown und ein neuer Großaktionär blockiert haben. Kedalco, der weltgrößte Kupfer-Produzent, kauft für 375 Millionen australische Dollar Lithium Power International. Tech Petro versucht weiterhin Alpha-Lithium zu übernehmen und stockt seine Offerte auf. Tantalex sichert sich eine Finanzierung vom Bergbau-Riesen Glencore. Ioneer erhält knappe 500 Millionen Dollar Investment von Sibania Stillwater. Die Summen, die hier fließen, sind wirklich nicht ohne. SQM kauft 30% vom australischen Lithium-Projekt Pyralithium. Und ebenfalls kauft SQM für knappe 2,7 Milliarden australische Dollar in einer Offerte 100% der Anteile von Azure Minerals. Der südafrikanische Investmentfonds QGC sichert sich eine Milliarde Dollar Finanzierung. Das Ziel soll sein, Minenprojekte in Afrika einzusammeln und zu finanzieren. Da gibt es tatsächlich gar nicht mal so viele. Links oben Goulamina von Leolitium, Bugoni von Kodal Minerals, Manono von AVZ, die im Rechtsstreit sind seit über einem Jahr, Arcadia aufgekauft von Yuayao Kobalt aus China. Die Landschaft ist wirklich sehr überschaubar von relevant großen Projekten. Saudi-Arabien investiert 3,5 Milliarden in den Bergbau-Multi Vale, um 10% seiner Kupfer- und Nickel-Sparte einzuverleiben. Zwar nicht direkt Lithium, aber ebenfalls Batteriematerialien. Einer der größten Lithium-Förderer der Welt aus Brasilien, Sigma Lithium, erhält eine Übernahmeofferte, die gerade evaluiert wird. All diese ganzen zahlreichen und teilweise hunderte Millionen schweren Deals wurden allein in den letzten drei Monaten gemacht. Und man darf nicht vergessen, die Lithium-Landschaft ist wirklich noch überschaubar. Hier ist also echt Bewegung drin und das bewegte Geld spricht Bände für das langfristige Glauben an Lithium an sich. Schauen wir uns nun mal ein paar Neuigkeiten an, die das Angebot an Lithium positiv beeinflusst hat, die letzten Wochen. Zum einen ist ein weiterer Förderer online gekommen. Das Projekt von Sayona und P-More Lithium in Nordamerika fördert seine ersten Mengen. Gleiches gilt auch für Core Lithium aus Australien und Sigma Lithium aus Brasilien. Das sind jetzt keine Neuigkeiten, die nicht schon bekannt waren, aber immerhin gab es keine Verzögerungen beim Output. In Indien wurde ja vor einiger Zeit ein großes Vorkommen gefunden. Erst hieß es, dass nur indische Firmen hier tätig sein dürfen. Was ein Problem dargestellt hat, da erstens kein wirkliches Lithium-Know-how in Indien in diesem Bereich vorhanden war und zweitens die Finanzierung von wahrscheinlich hunderten Millionen bis über einer Milliarde Dollar niemand so easy gestemmt hätte. Nun hat man sich aber geöffnet und lässt auch externe Firmen für 3% Royalty-Gebühr mitbieten. Ein gutes Zeichen für den weltweiten Markt. Kommen wir zu ein paar negativen News bezüglich der weltweiten Angebotslage. Einer der Top 5 weltgrößten Förderer Pilbara Minerals aus Australien hatte einige Maintenance-Themen und so war der Output in diesem Quartal rückläufig und seit fast einem Jahr auf gleichem Niveau. Selbiges galt für Alchem's Olaro's Megaprojekt in Südamerika. Der Output ging im Vergleich zum Vorquartal um 12% zurück. Mount Marion von Mineral Resources zeigte ein ähnliches Bild. Das erste und zweite Halbjahr 2023 gleich so viel wie noch in 2022. Weitere Schlagzeile war, dass Mexiko einige Lizenzen von Gangfeng widerrufen hat. Apropos Gangfeng. Obwohl man der weltgrößte chemische Konzern in der Lithiumverarbeitung ist mit deutlichem Know-how, hat man sich gegen eine Quelle von Lithium ausgesprochen. Es gibt ja neben dem Brian-Salzbecken und Hardrock-Projekten vor allem in China sogenannte Lipidulit-Vorkommen. Hier sagt Gangfeng ganz klar, dass es nach wie vor extrem schwierig ist, diese abzubauen. Fraglich ist also, ob das in Zukunft eine verlässliche Quelle sein wird. Länder in Afrika fangen ebenfalls an, die Wichtigkeit von Lithium auch geopolitisch zu erkennen und bannen die Exporte von Direct-Chipped-Ore. Das heißt in Zukunft, Lithium soll nicht nur in Afrika abgebaut werden, sondern auch weiterverarbeitet werden. Nicht wie bisher alles in China. Zimbabwe, Mali und Namibia bannen die Exporte. Namibia schaltet sogar schon die Polizei ein. Mali als Land hat seinen Mining-Code geupdatet, quasi ein Dokument und Regelwerk, wie Minenprojekte im Land zu behandeln sind und möchte in Zukunft mehr Anteile als Government-Free-Carry-Stake in den Projekten haben. In Zukunft möchte man automatisch statt 20% bis zu 35% haben. Das wird die Investmentaktivität von ausländischen Investoren drosseln und somit weniger Supply online bringen. Das betrifft übrigens jetzt auch eines der weltgrößten Projekte, Leo Lithium und zwar indirekt. Zum einen hat das Government Mali ja die eigentlich geplanten DSO-Lieferungen gestoppt und untersagt. Zum anderen hält sich das Government nicht an die eigentlich abgesprochenen Vereinbarungen, dass man keine Importzölle und Steuern auf die Dieselprodukte und Projektequipment bezahlen muss. Leo Lithium hat daraufhin mit seinem Joint-Venture-Partner den bisherigen Deal etwas restrukturiert. Man ist nun bis zur geplanten Produktion durchfinanziert und Leo wird weiterhin der Operator der Mine sein. Der Anteil von Leo an Gulamina sinkt aber um 5%. Positive Updates gab es, dass die geplante Outputmenge von Stage 2 deutlich angehoben wurde und dass Gangfänger als Partner trotz der Probleme mit dem Government weiterhin stark zusammen mit Leo auftritt. Leo an sich braucht weder die DSO-Lieferungen noch wird der Bau des Projektes durch die Gespräche verzögert und auch die gestiegenen Importkosten kann man sich leisten. Aber dennoch hinterlässt die Willkürlichkeit der Regierung einen Fadenbeigeschmack. Auch generell für das Lithium-Thema als Investment an sich. Aktuell ist die Aktie wieder vom Handel ausgesetzt. Die Begründung, Diskussionen mit dem Mali-Government über den neuen Mining-Code. Bisher hieß es immer, der neue Code, der mehr Anteile berechtigt, gilt nur für neue Projekte und nicht die, die bereits genehmigt wurden. Der Lithium-Nachbar, ebenfalls in Mali angesiedelt, Codal Minerals, hat vor kurzem bestätigt, dass für ihn noch der alte Mining-Code gilt. Das wäre ein kleiner Hoffnungsschimmer. Warum sollte es denn bei Leo anders sein? Es bleibt jedoch abzuwarten, was nun schlussendlich aktuell diskutiert wird und wie es sich dann auf Leo auswirkt. Aber generell kann man sagen, dass so ein Verhalten von einem Government langfristig auch Probleme für den Lithium-Markt weltweit bringen kann. Projekte wie das von Leo Lithium haben einen deutlichen Einfluss auf den Weltmarkt. Da sind solche ungeplanten Neuigkeiten wirklich nicht gut für das Elektroauto-Thema. Weitere negative Neuigkeiten war, dass Liontown aus Australien wesentlich mehr Kapital benötigt als zuerst gedacht. Es wurden schlappe 1,3 Milliarden australische Dollar aufgenommen. Das leider zu einem Preis weiter unter dem letzten Marktpreis. Die Aktie ist daraufhin stark abgefallen. Das zeigt wieder eines. Neue Projekte brauchen Unmengen an Geld und sind nicht so einfach online zu bekommen. Und generell sind alle Forecasts, was den Lithium-Output weltweit betrifft, sehr fragil und immer etwas unsicher zu bewerten. Ich würde allumfassend der Supply-Situation für das letzte Quartal einen gleichbleibenden Status geben. Schauen wir uns den aktuellen Preisverlauf an. Hier wird es nun besonders interessant. Es ist nämlich aktuell so, dass die Elektroauto-Nachfrage zwar wieder ansteigt, es aber noch genügend Lithium am Markt gibt. Die extreme Marktenge, wie wir sie in 2022 gesehen haben, ist nicht mehr gegeben. Und zudem kommt, dass viele der Einkäufer aktuell abwarten, bevor sie neue Reorders platzieren. Wenn wir vom Lithium-Preis sprechen, ist erstmal wichtig zu erinnern, es gibt nicht den einen Lithium-Preis. Es gibt Preise für verschiedene chemische Beschaffenheiten, geliefert zu verschiedenen Ländern, aus bestimmten Lithium-Quellen und so weiter. Tendenziell fallen durch die Bank weg aber alle stark. Lithium-Carbonate zum Beispiel und auch das Hydroxide. Wie man schon sieht, ist der Peak in 2022 wieder fast abgebaut. Aber halt, eben nur fast. Der Zeitraum zwischen 2018 und 2021 war immer noch deutlich niedriger als das aktuelle Niveau. Das heißt auf Deutsch, ja, wir fallen zwar vom stark aufgeblätten Niveau von 2022 ab, aber sind noch lange nicht auf der eigentlichen, in Anführungszeichen, Normalpreislinie angekommen. Warum das so wichtig ist? Naja, wir haben ja gelernt, dass so ein Projekt 10 bis 15 Jahre braucht, bis es in Produktion geht. Die Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsstudien der Projekte, die also Stand heute schon produzieren, sind vor vielen, vielen Jahren gemacht worden. Die Produktionskosten und auch die Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt also deutlich niedriger als der aktuelle Marktpreis. Das sieht man auch ganz gut an den brandaktuellen Quartalszahlen der Firmen. Nehmen wir mal Pabaro Minerals. Ja, der realisierte Lithium-Preis ist ungefähr um ein Drittel gefallen. Aber wenn wir uns den Wasserfallchart ansehen, sehen wir 541 Millionen australische Dollar an Rechnungen an Endkunden. Minus die Operatingkost sind immer noch knappe 2 Drittel Gewinn übergeblieben. Alcamps oder Ross, selbes Bild. Realisierter Preis ging um ein Drittel nach unten. Die Gross Cash Marge ist aber immer noch stark profitabel. 25.000 US-Dollar pro Träne verkauft und gerade einmal 6.000 Dollar Produktionskosten. Und der Rest geht in die Tasche. Der Preis kann sich tatsächlich also nochmal vierteln und man wäre immer noch plus minus 0. Der Preis ist nun also nach einer kleinen Gegenbewegung wieder auf dem niedrigen Niveau angekommen. Und etwa auf demselben Niveau wie noch vor drei Monaten. Im September übrigens sind die Lithium-Importe in China wieder nach oben geschossen. Wer weiß also, wie lange der Preis sich noch auf diesem Niveau hält. Ein netter Nebeneffekt ist natürlich auch für alle, die extrem langfristig denken, dass niedrige Lithiumpreise bedeuten, günstige Batterien und günstige Automobilpreise für die Endkunden. Heißt mehr Leute kaufen sich ein Elektroauto, was den Verbrenner denn wieder noch schneller ausfasen lässt. Schauen wir uns nun mal ein paar Aktien aus dem Lithium-Bereich an. Wie wir zu Beginn gesehen haben, fallen die meisten Titel aktuell stark ab. Auf den ersten Blick mag die Anzahl potenzieller Titel und Aktien noch etwas erschlagend wirken. Aber eigentlich gibt es gar nicht mal so viele. Wir haben hier oben die aktuell produzierenden Brian-Salzbeckenfirmen und unten die Hardrock-Produzenten. Viele davon haben wir gerade schon in den Updates zum Markt gehört. Wenn wir uns dann die Titel anschauen, die noch nicht Lithium fördern, aber auf einem Weg dahin sind, also klassische Developer oder Explorer, sieht man, dass nur wenige überhaupt auf eine Market Cap von 300 Millionen Dollar oder mehr kommen. Die Lithium-Aktienlandschaft ist also immer noch ein sehr kleiner Markt, wo immer dieselben Nasen aktiv sind. Da ich ja sehr viele der Titel in Vergangenheit schon vorgestellt habe, zum Beispiel in meinem monatlichen Format, bringe ich euch heute mal fünf Titel aus zweiter Reihe mit, die man vielleicht eher weniger kennt. Wie immer aber eigene Recherche machen, keine Anlageberatung. Rohstoffaktien sind nach wie vor mit hohem Risiko verbunden. Der erste Titel ist Patriot Battery Metals, eine relativ junge Geschichte. Aktiv ist man in Nordamerika, was geopolitisch, wie wir vorhin gesehen haben, schon mal eine interessante Lage darstellt. Patriot entwickelt aktuell das Corvette-Projekt, ein Hardrock-Projekt, was mit über 100 Millionen Tonnen und einem starken Grade von 1,4% zu einem der besten Unentwickelten der Welt gehört. Als Firma hat man sich die letzten zwei Jahre immer mal wieder einen Namen gemacht, weil die Bohrergebnisse mit zu den stärksten gezählt haben, die es lange Zeit, vor allem auf westlichem Boden gegeben hat. Das Maiden Resource Estimate, also die erste offizielle Messung der Vorkommensgröße, ist nun über 100 Millionen, zwischen relativ groß, aber der Kanal, in dem man liegt, könnte noch ein weitaus größeres Gebiet sein. Die 100 Millionen sind übrigens das größte Hardrock-Vorkommen in Americas, also Nord-, Mittel- und Südamerika. Grota di Cirillo ist das Projekt von Sigma Lithium, welches bereits in Produktion ist. Also auch hier wieder immer dieselben Namen und Player, die am Werkeln sind. Und in dieser Region ist nur noch Patriot aufgestiegen. Und auch im weltweiten Vergleich ist Patriot mittlerweile in den Top 10 angelangt. Größer ist nur Kathleen Valley von Liontown, Gulamina von Leolitium, Pilgangura von Bilbaro Minerals und Konsorten. Der Plan ist aktuell, noch weiter zu bohren und technische Studien durchzuführen. Construction soll erst 2027 passieren. Wobei ich selbst denke, bis dahin ist das Projekt eh weg vom Fenster. Alper Male hat sich jetzt schon 5% gesichert. Bei der Größe des Projekts und der Lage auf westlichem Boden ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis einer der Big Player die Fühler ausstreckt. Wie wir gesehen haben, sind die M&A-Aktivitäten eh enorm hoch in diesem Bereich. Mit dabei ist übrigens Ken Brinston. Derselbe Ken, der auch Pilbaro Minerals vom Junior zum Top-Förderer in Australien hochgezogen hat. Die Market Cap kommt nach dem Preisverfall von gut 40% auf 830 Millionen US-Dollar, was trotzdem relativ viel ist für das frühe Stadium der Firma. Jedoch auf jeden Fall ein interessanter Titel und Projekt. Die nächste Aktie ist die von Latin Resources. Wie der Name schon sagt, ist man in Lateinamerika und noch genauer Südamerika unterwegs. Das Kupferprojekt in Peru und das Lithiumprojekt in Argentinien sind definitiv zweitrangig. Der Star der Show ist das Projekt in Brasilien. Brasilien ist geopolitisch und miningfreundlich ebenfalls sehr interessant. Zum einen nahen die USA und zum anderen eine gute Schifffahrtsroute nach Hamburg. Und wie wichtiger, man ist unabhängig von China. Das Salina-Projekt ist in einem ähnlichen Gebiet wie das Projekt von Sigma Lithium. Sigma selbst wird gerne als Referenz genommen, wie schnell es gehen kann in Brasilien. Innerhalb von ein paar Jahren zum potenziell acht größten Produzenten der Welt. Bei geringen Produktionskosten und der guten brasilianischen Infrastruktur im Bereich Mining. Latin Resources hat mit den ersten Bohrungen insgesamt schon eine Ressource von 45 Millionen Tonnen bei 1,34% Great auf den Tisch gelegt. Damit taucht das Projekt jetzt schon im aktuellen Stadium auf der Top-Hardruckliste der Welt auf. Das Ziel ist es nun, weiter zu bohren und das Vorkommen potenziell weiter auszubauen. Eine erste Wirtschaftlichkeitsstudie hat aufgezeigt, in welche Richtung das Ganze gehen könnte. Mit den Anführungszeichen gerade einmal 250 Millionen Dollar Carpex, welche nach sieben Monaten bereits zurückgezahlt wurden, kommt man auf einen Free Cashflow von 4,7 Milliarden Dollar über die gesamte Projektlebensdauer. Wohlgemerkt bei einem Lithiumpreis von einem Schnitt unter 2.000 Dollar gerechnet und die Produktionskosten von 530 Dollar. Heißt auch hier wäre man selbst mit nochmal deutlich weniger als dem aktuellen Marktpreis schon gut profitabel. In 2024 soll das Ganze voranschreiten. Mit erstens den ersten Abnahmeverträgen mit Endkunden und zweitens der DFS-Studie, die das Kernstück und Berechnung einer jeden Mine wird. Geld und Bestand durchzuhalten hat man auf jeden Fall genug, da vor kurzem erst 35 Millionen kanadische Dollar eingesammelt wurden. Market Cap 416 Millionen US-Dollar. Spannender Titel und für mich ein potenzieller Kandidat, den sich Sigma Lithium irgendwann mal einverleiben könnte. Die nächste Aktie ist die von Noram Lithium. Noram ist ebenfalls in einer sehr interessanten Lage, nämlich in Nevada, USA. Nevada ist in der Lithium-Landschaft ein sehr bekannter Flecken Erde. General Motors hat in diesem Bereich stolze 650 Millionen Dollar in Lithium Americas investiert. Ioneer hat 700 Millionen Kredit eingesammelt, auch für seine Anlage in Nevada. Und auch die Regierung dort ist extrem interessiert daran, das Thema Lithium auszubauen als Hotspot. Nevada ist aber nicht nur wegen der Location, sondern auch wegen der Vorkommen interessant. Wenn wir uns die Top 10 Förderer ansehen, fällt auf, dass wir primär nur die Salz-Brine-Becken als Abbauart haben und die Hardrock-Vorkommen. Nur ein einziger fällt aus der Reihe, nämlich Lithium Americas mit Clay, Lehm. Das Thackerpass-Projekt von Lithium Americas, welches in Nevada liegt, ist nämlich eine Sedimentary Lithium-Ressource von der Arter. Als Vorzeigeprojekt zeigt man hier aktuell auf, dass auch aus diesem Typ ein Vorkommen Lithium gewonnen werden kann. Und das auf westlichem Boden. In der Nähe von Lithium Americas, Thackerpass, ist eben das Zeus-Projekt von Noram Lithium gelegen. Und nochmal näher zu Zeus ist ebenfalls der Mega-Player Albamale, der dort seit über 60 Jahren Lithium aus seinem Brine-Vorkommen fördert. Die Infrastruktur und Know-how ist in dieser Gegend somit vorhanden. Ganz in der Nähe ist ebenfalls auch Tesla als Endabnehmer angesiedelt. Norams Projekt Zeus ist in einem frühen Stadium, kommt aber jetzt schon auf eine der größten Vorkommen, die es auf amerikanischem Boden gibt. Vor kurzem wurde das Resource-Estimate auf 6,3 Millionen Tonnen LCI geschätzt. Lithium Americas als Vergleich kommt auf 16 Millionen hier. In 2021 hatte Noram eine erste Wirtschaftlichkeitsstudie anfertigen lassen. Damals schon hatte man bei einem Umsatz zum potenziellen 300 Millionen Dollar gerechnet, bei 40 Jahren Lebensdauer, bei ungefähr 500 Millionen Dollar Investment. Aktuell ist man daran, das Ganze nochmal zu überarbeiten und zu updaten. Man hat ein größeres Vorkommen, einen höheren Grade und optimiert den Mind-Plan. Die neue und detailreichere PFS-Studie sollte also aufzeigen, was hier nun möglich ist. Ein direkter Vergleich mit den damaligen Daten schon zu anderen Playern in Nevada, unter anderem eben auch Lithium Americas, zeigt auf, in welche Richtung es gehen könnte und wie stark das Zeus-Projekt ist. Um die nächsten Schritte gehen zu können, sollte man genügend Kapital haben. Anfang 2023 hatte man noch über 12 Millionen kanadische Dollar auf der hohen Kante. Market Cap beträgt 27 Millionen Dollar. Das Update der Studie sollte, falls positiv, nochmal deutliche Klarheit geben, welches Potenzial das Zeus-Projekt haben könnte. Falls erfolgreich, für mich ein Übernahmekandidat, der die größeren Player in Nevada wie Albemarle oder Leeds of Americas anziehen könnte. Die nächste Aktie ist ein Developer aus Ghana, Afrika, Atlantic Lithium. Hier gab es vor kurzem eine größere Neuigkeit. Und zwar wurde die Mining License für das Projekt übergeben. Das ist für jedes Projekt ein signifikanter Schritt, der erstens Risiko aus dem Projekt rausnimmt und zweitens auch den Support der Regierung aufzeigt. Das AVOIA-Projekt wird sobald in Produktion unter den Top 10 nach Fördermenge sein. Die relativ geringen Investitionskosten sollten bereits nach 9 Monaten zurückgezahlt worden sein. Und die Operating-Kosts von 377 Dollar sind kompetitiv. Vor kurzem wurde vom Minerals Investment Fonds von Ghana über 30 Millionen Dollar eingesammelt. Damit steht auch schon fast die ganze Finanzierung. Der Joint Venture Partner Pimor Lithium fundet erstmal 70 Millionen Carpex alleine. Weitere 28 Millionen vom Investment Fonds und damit bleiben nur noch knappe 38 Millionen für Atlantic über, die man über Pre-Payments der Endkunden abdecken möchte. Kunden sind zum einen Tesla und LG Chemicals, mit denen 50% des Outputs abgedeckt sind. Und die anderen 50% können Atlantic noch frei verteilen. Atlantic als Firma ist schon relativ weit für einen Developer. Und hier sollte es jetzt nach dem Funding und der jetzt auch noch erteilten Mining-Lizenz relativ bald losgehen mit dem Bau der Mine. Es bleibt also spannend. Market Cap liegt bei 174 Millionen Dollar. Muss aber beachten, dass Atlantic nur einen Teil der Mine gehört, da der Partner Pimor Lithium durch die Finanzierungsrunden auch Anteile erhalten hat. Die nächste Aktie heißt Winsome Resources Limited. Winsome ist auch relativ neu und mehr oder weniger bekannt geworden durch eine spezielle Entdeckung in Kanada. Seitdem konzentriert man sich darauf, dieses Projekt zu entwickeln und nebenbei in dem unteren Strang weitere Explorationen zu betreiben. Die Projekte und auch das Kernprojekt Adina liegt in der bekannten James Bay Region in Kanada. Hier sind auch die Projekte James Bay von Alchem, Babushi von Namaskar und NRL von Sayona ansässig. Das Board, was hinter Winsome steht, ist relativ hochgerätig bestückt. Stefan Biggins, der ehemalige Managing Director vom Lithium-Producer Core Lithium. Chris Evans, der ehemalige CEO von Altura Mining, aufgekauft schlussendlich von Pilbaron Minerals. Und King Tao Zheng, der aktuelle CEO von Coatle Minerals in Mali. Das primäre Projekt von Winsome wird im ersten Halbjahr 2024 die erste Mineral Resource Estimate auf den Markt bringen. Basierend auf den extrem starken Bohrergebnissen wird hier eine Tonnage von bereits über 50 Millionen Tonnen erwartet, was ebenfalls wieder direkt in den Top 15 landen würde. Das ist aber die Spekulation dahinter, was jetzt genau rauskommt. Vor kurzem erst hat man im aktuell schwachen Marktumfeld ein sehr starkes Signal für das Projekt eingefahren. Und zwar hat man deutlich über dem aktuellen Marktwert der Aktie 34 Millionen eingesammelt. Damit ist man erstmal finanziert, um die nächsten Schritte zu gehen. Man hat nun schlussendlich über 70 Millionen kanadische Dollar auf der hohen Kante. Eine Kapitalerhöhung würde ich mittelfristig also ausschließen. So wirkt auch die Market Cap von 229 Millionen relativ günstig. Winsome ist eine frühe Story, aber sobald der erste offizielle Ressource Estimate kommt, wird es ernst. Falls dieser groß genug ist, ein klarer Übergami-Kandidat für die gängigen Branchengrößen. Wie gesagt, gibt es nicht allzu viele Aktien im Lithium-Bereich. Jedoch sollte man sich wirklich damit beschäftigen, bevor man überlegt, hier mitzumischen. High-Risk casht nach wie vor. Das sollte man nie vergessen. Viele haben bei Leo Lithium gesehen, wie schnell es dann auch mal Problemchen geben kann. In dem Sinne, haltet die Ohren steifen bis zum nächsten Lithium-Update. Euer Lithium-Bere.